Herzlich willkommen zu einem kurzen Lebenszeichen von Autospielen. Ihr habt lange nichts mehr von uns gehört, aber es gibt uns noch und wir freuen uns auch darauf, wieder neues Zeug ab jetzt für euch zu produzieren. Und vor allen Dingen müssen wir auch noch diesen Haufen fertig machen. Also will ich jetzt gar nicht zu viel labern, sondern lieber mal loslegen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.